Wir haben in Stuttgart gezeigt und auch schon gegen Mainz, waren wir 2-0 hinter, es war ja unglaublich, wie das Ergebnis zustande kam, wie halt Fußball zustande kommt. Das war ja ein Witz und die Mannschaft ist die zweite Halbzeit voll zurückgekommen. Und jetzt war es anders in Stuttgart, da waren wir selber schuld. Gegen Mainz waren wir viel besser, ja nicht immer schuld, aber es war dann nicht nochmal unglücklicher. Klasse, wir sind ja beteiligt. Und dann sind wir wieder zurückgekommen, jetzt zweimal. Und das spricht total für die Energie und für die Haltung von den Jungs. Und jetzt geht es darum, dass wir Balance halten, dass wir, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, immer wieder zurückkommen können, immer in jeder Sekunde des Spiels und dass wir die spielerische Ruhe bewahren und Fußball spielen.